So, willkommen zurück. Wir spielen wieder mal Mech Warby Online. Ich darf begrüßen den Fritz. Ja, hallo Egon. Wir hoffen mal, dass wir wieder genauso eine erfolgreiche Runde schaffen wie vorhin. Wir spielen gerade bei minus 35 Grad. Die Surface-Quality ist 0,9. Ganz wichtig. Ja. Glaube ich jedenfalls. Verspringen oder so. Ja. Aber man kann glaube ich, also was kann man mit T machen? Bei einer T drückst du dann passiert irgendwas. Was T? Ne, es war was anderes, warte. T ist Text. Ich hatte das vorhin. Es war so ein ganz komisches Geräusch. Geräusch? Geräusch. Das ist ja scheiße aus, ey. Doch. So, ich tue mal so, wenn ich nicht weiß, was lang geht. Was im Übrigen auch stimmt. Äh. Guck mal, die latschen links, oder? Ich wüsste es nicht, wo sind die alle? Doch, guck mal, zwei laufen links, da gehen wir mal mit. Die wissen bestimmt, wo lang die umlaufen, die bestimmt. Denk ich mal. Alter, ja. Ja, weil guck mal, die fallen nur ums Gewunder durch die Mitte gehen. Ja. Und wie ist der... Pro. ...High-End-Spieler? High-End vielleicht, aber Spieler. Ein Jäger mich. Ein Stalker. Okay. Boah, Freddy Cap'n'Focus, jetzt geht's los. Wo denn? Bei Theta. Da, in der Mitte, oben, das Ding. Ach, hab mich nicht, keine Ahnung. Ich sehe hier auch nicht so ganz durch. Enemy Cap'n'Focus mit Kappa. Wo rennen wir hin, hier zu Gamma, oder was? Sigma, sorry, so ein Fahrer-Computer-Dings, oder? Ja. Scheiße, Schleichwerbung. Aber echt. Geht aber gar nicht. Was machen die denn hier, läuft doch mal schneller. Kann man eigentlich Frantify auch machen? Äh, keine Ahnung, probierst du auch. Ne, ne. Macht man nicht. Kann man da einnehmen, oder was ist das hier? Sieht voll geil aus wie der Latsch da. Lalalala. Okay. Oh. Hier wird schon mal geschossen. Oh, der rennt außen rum. Ah, rum den. Der ist jetzt dahinter. Ja, ich sehe jetzt. Ich schneide gleich mal weg. Ein zweiter. Zwei, außen, drei. Aufpassen. Ich komme von der anderen Seite. Das ist feierfrei. Ich glaube, die haben wir ohne, Siviano. Nö, ich glaube ich auch nicht. Kommt drauf. Schon dabei. Ich bin schon kaputt. Was? Ja. Als Volltreffer irgendwie. Auch Apache geht? Ja. Was hat denn der hier? Das war ja ein Treffer und weg war es denn. Ja, genau. So, wir gucken mal zu. Und zwar gucken wir jetzt zu dem Taser. Wer macht das? Wo siehst du das? Links im Beklebtermund. Ah, okay. Den gucke ich auch gerade zu. Ich glaube, wir sind am Anfang. Die haben wir schon alle aufgelöst, wahrscheinlich. Ja, gut. Nur mal die Werfen anrecht. Ja. Oh, guck mal den Freizeit. Und tschüss. Oh, die Härte. So, wen haben wir noch? So, Scrofi, Rutsch. Scrofi, Ruh. Oh, ich glaube, der macht auch noch mal lange. Was ist denn der für den Knall, ey? Ich fühle mich bei Red Wolf. Ich weiß nicht, ob wir die alle mal zusammen machen wurden. Da hätten wir... Boah, was ist denn der, ey? Maschinengewehr. Boah. Da geht's ja ab, ey. Boah, das scheint auch nicht so viel Schaden zu machen. Aber guck mal, der zieht auch genau die Beine. Jaja, ich glaube, wenn du so ein bisschen Ahnung hast, wo du zielen kannst, ich glaube, ist gar nicht so schlecht. Boah. Und stehen bleiben. Na komm. Oh, jetzt ist das kaputt. Sehr gut. Und du? Boah. Was denn? Wen guckst du? Da ist immer noch Red Wolf. Ja, ich auch. Ja, da war ein gekillt, ne? Ja. Ich hab's quasi auf Band. Krass. Aber da, guck mal, der ist relativ langsam. Ja, das ist... So ein Atlas. Boah, der ist auch die Lame. Oh, weg. T-t-t-tutal schon. Aber der ist so gleich weg. Oh, oh. Oh, guck mal, ProFog zu, der hat nicht gerade zu. Ja. Hilft einer. Boah, ist ja schnell. Die Kleinen helfen, das ist ja schnell. Perfekt. Ah, nee, da musst du runterfahren. Da kann der mitlaufen, ja, du. Die rennt sich ja im Kreis, wo wir... Die Härte. Krass. Alter, aber ganz schön viel aus, ey. Ja, ich glaube aber auch, wenn die rennen, dann... Wahrscheinlich. Den linken Arm hat er schon mal verloren. Oh, die Beine gleich. Oh, rechtes Bein weg. Jetzt ist es vorbei. Nee, das ist sein Bein. Naja, sag ich ja. Im Gegner noch. Der Typ ist in der Gegner. Guck mal, die Engine ist. Ziemlich. Bitte mich vor mir jetzt zugucken. Jetzt kommt los. Guck mal, der hat schon Gamebammer. Hä? Die rechte Beine sind weg. In dem guckst du zu? Ne, ProFog. Frock, Frock. Wie auch immer. Ne, ich hab Red Wolf zugeguckt gerade, bis er tot war. Aber guck mal gegen den Großen, hier hat er da überhaupt nicht gesehen. Aber der trifft doch auch nicht. Warte mal, wie viel Prozent hat in der Große? Jetzt kann man leider nicht sehen, ey. Eier hat mit rum. Ja. So, als im Video der Anglose, 79. Neuwein, also. 77. Guck mal, der kommt hinterher, ey. Ja. Oh, der hat er so gut getroffen. Ah, der kann fliegen. Das war's schon wieder. Das verstehe ich eh nicht. Achso, wahrscheinlich, wo alles eingenommen wurde, da oben drei. Ja, die Punkte sind immer noch 50. Schade. Der hat jetzt bestimmt noch gerissen. Auf die Punkte muss man die beobachten. Ist ja auch gewusst in den Weg. Meine Güte. Ist ja schlimm. Null Kills, schade. Na ja, man kann nie mehr gewinnen. So, soll's gewinnen sein. Danke für das ganz schweinige Dings und bis zum nächsten. Dings. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.